Zunächst eine Bemerkung zum Bundestagswahlkampf. Wenn man in die Politik geht und für Parlamente kandidiert, muss man zu beidem bereit sein, zum Opponieren und zum Regieren. Auch in der Opposition ist man wirksam, kann man den Zeitgeist verändern. Aber in der Regierung können wir wirksamer und schneller etwas tun für mehr Frieden, zur Überwindung und Beseitigung der Altersarmut, zur Unterbindung der prekären Beschäftigung und des Niedriglohnsektors, für die Chancengleichheit für Kinder beim Zugang zur Bildung, Kunst und Kultur, für die Herstellung der Deutschen Einheit, zum Beispiel durch gleiche Löhne für gleiche Arbeit und gleiche Rente für gleiche Lebensleistung. Auch für eine andere Europäische Union brauchen wir eine andere Bundesregierung. Im Augenblick ist die SPD zwar dabei, diese Möglichkeit zu verduddeln, aber an uns darf die Option nicht scheitern. Ich weiß, dass wir dazu tendieren, 50 rote Haltelinien zu verabschieden, aber ich habe Vertrauen zu unserer Parteiführung und weiß, dass sie diese nicht benötigt. Wer nicht kompromissfähig ist, ist auch nicht demokratiefähig. Und wer zu viele Kompromisse macht, gibt seine Identität auf. Beides können wir uns nicht leisten. Also gibt es eine ganz einfache Formel. Alle vereinbarten Schritte müssen in die richtige Richtung gehen. Sie können nur kürzer sein, als wir uns das vorgestellt haben. Aber jetzt haben wir Wahlkampf und streiten für ein wirksames, gutes Ergebnis für die Linke und für nichts anderes und das im Interesse der gesamten Gesellschaft. Unser Wahlprogramm stellt fest, dass die Europäische Union in einer schweren Krise sei. Das stimmt. Auf Basis der derzeitigen Konstruktion der EU kommt es zu Massenarbeitslosigkeit, gerade der Jugend in den Staaten Europas. Die griechische Bevölkerung leidet unter dem Kurs der Troika und ihrem Spardiktat. Die Menschen fordern Transparenz, erleben aber Bürokratie. Die Menschen wollen gefragt werden, spüren aber zu wenig demokratische Mitbestimmung. Die Menschen suchen nach einer Verbindung aus Humanität und gerechter Lastentragung bei der Hilfe für Geflüchtete. Sie treffen aber auf eine EU, die bei den Migrationsbewegungen völlig versagt. Kurz, die europäische Idee verliert die Unterstützung großer Teile der Bevölkerung. Und das, obwohl sie diese gerade dringend benötigt. Nicht wenige Menschen, gerade im Süden, empfinden die EU sogar als Instrument der Unterdrückung gegen sich selbst. Sie spüren, dass die heutige EU sie nicht freier macht, sondern eher unfrei. Und all das geschieht in einer Zeit, in der Deutschland die führende Rolle in der EU spielt. Deshalb müssen wir die Auseinandersetzung mit der EU und der Bundesregierung auch als eine Freiheitsdebatte führen. Wir müssen fragen, welche Freiheiten kennt die EU? Wir stellen dann fest, dass sie sich im Wesentlichen auf Wirtschaftsfreiheiten beschränkt. Warenverkehrsfreiheit, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Freiheit des Kapitalverkehrs. Diese Freiheitsrechte haben auch gewisse Vorteile. Und wir müssen lernen, diese auch anzuerkennen. Sie dienen der Herstellung eines europäischen Windmarkts, damit wechselseitigen wirtschaftlichen Verflechtungen, also auch einem Zusammenkommen. Wir aber müssen klarmachen, dass die EU unter einem verkürzten Freiheitsbegriff leidet. Hier muss unsere Linke Kritik ansetzen. Die EU gewährt mit ihren formalen Freiheiten Freiheiten für die Starken. Aber rechtlich gewährte Freiheiten muss ein soziales Fundament haben. Sonst kann sie nicht ausgeübt werden. Dann verkommt sie zur Freiheit der Wenigen, was zur Unfreiheit für viele führt. Der Europäische Gerichtshof hat soziale Grundrechte in seiner Rechtsprechung schon deshalb kaum berücksichtigt, weil sie bei ihm nicht einklagbar sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu unserem Bundesverfassungsgericht. Es gibt verankerte soziale Grundrechte in der EU, aber eher deklaratorisch. Sie müssen verbindlich und einklagbar werden, was zu Recht im Entwurf unseres Wahlprogramms gefordert wird. Andernfalls wird die EU immer ungerechter. An der Verwirklichung der Freiheit für alle fehlt es dieser EU. Warum soll ein Grieche die EU verteidigen, wenn er infolge der Troika-Politik schon die X-Renten-Kürzung erhält? Warum soll eine Griechin die EU verteidigen, die sich ihre Medikamente nicht mehr leisten kann? Warum soll eine junge Portugiesin die EU verteidigen, wenn sie und die Hälfte ihrer Freundinnen arbeitslos sind? Die soziale Krise in der EU führt auch zu zunehmenden Spaltungen der Bevölkerung. Die soziale Ungleichheit der Menschen und ihre Ängste werden von den politischen Rechtsextremen ausgenutzt, europaweit. Wie aber soll eine Linke mit all diesen Problemen umgehen? Im Kern hat auch sie zwei Optionen. Die Linke könnte glauben, die Europäisierung von Rechtsetzung sei an sich ein Problem. Dann wäre es konsequent, die Rückabwicklung dieses Weges zu fordern. Wir kämen dann wieder bei den alten Nationalstaaten an. Sie existierten wieder nebeneinander, weniger miteinander, manchmal vielleicht gegeneinander, bis hin zur Möglichkeit von Kriegen. Nein, liebe Genossinnen und Genossen, die Forderung zurück zum alten Nationalstaat ist nicht links. Sie ist rechts, sogar extrem rechts. Wir müssen uns auf das Positive im Bestehenden stützen und die Mängel scharf kritisieren. Wir müssen versuchen, das Ganze durch Neues und Alternatives zu ergänzen. Wir müssen also darüber hinaus wollen. Ein Zurück ist weder mein Fall und sollte auch kein Fall der Linken sein. Wir wollen doch progressiv sein. Wir wollen die Dinge vorantreiben. Und eine Haltung nach dem Muster, früher war alles besser, passt einfach nicht zu unserer Einstellung. Das hat auch etwas mit Dialektik zu tun. Über die wird ja unter uns Linken viel geredet, also über die Dialektik, aber sie wird viel zu wenig akzeptiert. Mir scheint es nicht sehr dialektisch, von einer Antithese zur These zurückzuwollen. Wir müssen die Synthese suchen. In der EU besteht sie nicht darin, die EU abzuwickeln. Sie besteht in der vorhin genannten Verbindung von bürgerlichen und sozialen Rechten und Freiheiten. Diese Verbindung müssen wir anstreben. Müssen wir anstreben. Wer sonst? Überhaupt. Wir müssen das gegenüber zur rechten Entwicklung in Europa werden. Auch hier frage ich, wer sonst? Nun werden einige sagen, dass die Veränderung der EU keine einfache Aufgabe sei. Das stimmt. Es gelingt uns Linken doch nicht einmal nennenswert auf nationalstaatlicher Ebene. Auch hier fehlt die soziale Unterfütterung der Freiheitsrechte. Wieso sollen wir es dann europäisch schaffen? Aber die Wirtschaft hat sich internationalisiert. Sie spielt verschiedene Standorte gegeneinander aus. Diese globalisierte Ökonomie können wir gar nicht mehr mit den Nationalstaaten beherrschen. Dass es immer weniger wirksame nationalstaatliche Regulierung gibt, ist also kein Argument gegen die EU, sondern für sie. Eine europäisierte Wirtschaft fordert eine europäisierte Politik. Eine weltweite Wirtschaft verlangt endlich auch eine funktionierende und demokratisch legitimierte Weltpolitik. Dass die politische Rechte das nie begreifen wird, liegt an ihrer nationalistischen Natur. Aber uns gebietet unsere internationalistische Natur, es wirklich vertieft zu begreifen. Wir müssen verstehen, dass gerade europäische Strukturen ein zentrales Instrument bei der Bekämpfung dieser Ursachen sind. Mehr soziale Gerechtigkeit und Internationalisierung entzieht den Rechten den Nährwohnen. Es stimmt dennoch, dass es schwierig ist. Aber ich bin noch nicht in die Politik gegangen, habe mich doch nicht mit euch organisiert, um es leicht zu haben. Glaubt ihr wirklich, es war leicht, aus der SED die PDS, aus der PDS und der WASG die Linke zu machen? Glaubt ihr wirklich, es war leicht, die Interessen jener aus dem Osten zu vertreten, deren Interessen keine andere Partei vertreten wollte, die aber auch einen Weg in die deutsche Einheit finden mussten? Glaubt ihr wirklich, es war leicht, die östlichen Eliten zu vertreten, denen eine Vereinigung mit den Westlichen verwehrt wurde? Glaubt ihr wirklich, es war leicht, die massenhaft entstehenden Arbeitslosen im Osten ohne Perspektive, scheinbar auch ohne Bedeutung zu vertreten? Glaubt ihr wirklich, es war leicht, Menschen zu vertreten, deren Biografien missachtet wurden, deren Leben völlig unbewertet wurde, die größte Schwierigkeiten hatten, sich unter den neuen Bedingungen zurechtzufinden? Glaubt ihr wirklich, es war leicht, sich mit einer Regierung auseinanderzusetzen, die alles im Osten negativ sah, nicht bereit war, wenigstens manches im Interesse von ganz Deutschland zu übernehmen? Glaubt ihr wirklich, es war leicht, die Partei, die über Steuern ruiniert werden sollte, zu retten? Glaubt ihr wirklich, es war leicht, sich gegen den Krieg gegen Jugoslawien zu stellen und sogar Milosevic zu besuchen? Und auch danach hatten wir es nie leicht und werden wir es nie leicht haben. Wir stellen uns gegen die ökonomisch Mächtigsten, gegen einen maßlosen Reichtum. Damit hat man es nicht leicht. Und nun sollen wir fürchten, es allzu groß empfinden, uns europäisch auseinanderzusetzen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ein Blick nach Frankreich. Hätte Le Pen gesiegt, wäre die EU tot. Wollen wir in einer vergleichbaren Situation in einem anderen Land wieder auf einen Macron hoffen? Und überhaupt, wie weit ist es gekommen, dass ich als Linker auf jemanden wie Macron zu hoffen gezwungen bin? Aber immerhin, im Unterschied zu Le Pen hält er demokratische Strukturen ein, lässt der Linke Alternativen zu. Aber es gibt auch Hoffnung auf eine Verschiebung nach links. Ich nenne die Wahlergebnisse für Mélenchon in Frankreich, für Corbett in Großbritannien. Und trotz der Einsamkeit und ihrer Erpressung dürfen wir auch Syriza in Griechenland nicht vergessen. Die Linke muss den vorherrschenden, markt- und wettbewerbsorientierten Leitbildern der EU ihr eigenes soziales und demokratisches Leitbild offensiv entgegensetzen. Ohne ihre Veränderung droht die EU zu scheitern. Erstens. Wir fordern Armut und Perspektivlosigkeit, gerade der Jugend unverzüglich zu bekämpfen. Dafür brauchen wir mehr öffentliche Investitionen. Die Jugend ist europäischer als meine Generation. Schon für sie müssen wir Europa retten. Zweitens. Wir treten für Ehrlichkeit im Umgang mit den Schulden der Mitgliedstaaten ein. Die Schulden Griechenlands und aller anderen Euro-Länder müssen auf ein tragbares, erfüllbares Maß reduziert werden. Wir brauchen eine neue Schuldenkonferenz. Es geht nicht, einen gemeinsamen Markt zu wollen, gleichzeitig aber Risiken wie zum Beispiel Schulden zu einer rein nationalen Angelegenheit zu erklären. Wir wollen soziale, steuerliche und ökologische Mindeststandards, die die Standortkonkurrenz, Lohndumping, Steuerwettbewerb und die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen endlich stoppen. Viertens. Wir wollen ein demokratisches Europa und keinen Regierungsföderalismus über den Ministerrat der EU. Fünftens. Und schließlich lehnen wir den Aufbau einer europäischen Armee ab. Wir wollen eine EU, die nicht nur in ihren Reihen, sondern darüber hinaus dem Frieden verpflichtet ist. Nur wenn wir den Mut haben, an dieser positiven Bestimmung einer Vision von Europa mitzuwirken, werden wir vom außenstehenden Kritiker der heutigen EU zum Gestalter einer anderen, einer besseren, einer zukunftsfähigen EU. Machen wir die EU von einer Ursache der Krise zu einem Instrument der Bekämpfung der Krise. Lasst uns zu einem entscheidenden Gewicht gegen die Rechtsentwicklung in Europa werden. Natürlich weiß es, dass dies ein schwieriger, langer Prozess ist. Aber es ist wichtig, dass wir ihn gemeinsam und entschlossen anpacken. Vielen Dank.